heute demonstrieren wir die schnittart einer zwiebel die unterschiedlichen als erstes werden die zwiebeln geschält dabei bitte achten dass der anschnitt oder die wurzel auch noch nicht erhalten bleibt und nicht ganz abgeschnitten wird einmal halbieren sie sehen hier hinten ist noch die wurzel dran wenn wir bonus reinschneiden ist das ganz wichtig wir fangen damit an dass wir einmal zeigen wie man streifen schneidet für streifen bitte die n oben und unten abschneiden und je feiner wenn sie es feiner haben wollen auch das innere kerngehäuse rausholen und dann anschließend in eine streifen runterschneiden und sie sehen man hat viel gleichmäßige mäßigere streifen wie wenn sie die gegen die faser schneiden weil dann ist es so dass sie ganz kleine stücke mit dabei haben und das haben wir dabei natürlich nicht einmal streifen falls sie aus einer zwiebeln ringe schneiden möchten diese ringe werden einfach ganz dünn runter geschnitten und dann haben sie richtig feine ringe und bei brunoise ist es so brunoise oder würfel halbieren vorne etwas abschneiden hinten bleibt die wurzel dran die wurzel bitte von dem körper hin weg legen und einschneiden fein einschneiden so bitte das hinten noch alles dran hängen bleibt dann zweimal oder dreimal kommt immer darauf an wie groß ihre zwiebel ist auch noch mal wieder einschneiden auch gucken nicht durchschneiden bitte die zwiebel soll aneinander hängen bleiben und dann wieder in ganz feine würfel runterschneiden und dann haben sie gleichmäßige saubere saubere würfel die abschnitte können wir natürlich sehr gut auch für verschiedene fonds hinter dementsprechend weiterverarbeiten von dem körper hinweg Vielen Dank.